Willkommen zu einem weiteren Infovideo zum Abo-Special, Leute. Ein paar Sachen noch für morgen Abend, also es bleibt ein Termin. Donnerstag, 19. Juli, ab 20.30 Uhr wird, wie gesagt, BFH aufgenommen. Noch ein paar Sachen, damit ihr auch alle dabei seid. Hier poppt jetzt der Link auf für den Server, auf dem ich das Ganze veranstalten werde. Zusammen mit Starbacks, Stefans Gameblog auch genannt, den ich gestern noch vergessen habe zu erwähnen. Paul, Azepaule wird dabei sein, wahrscheinlich der Pingu9 auch, das weiß ich nicht genau. Kiwi essen vielleicht auch. Ich weiß nicht genau, wer dabei ist, aber Stefans Gameblog und Azepaule auf jeden Fall. Die zwei sind dabei, schließlich den jetzt selber. Also wie gesagt, den Link, der ist ja gerade aufgepoppt, da geht es zum Server, den bitte bookmarken. Und noch eine Sache, ganz, ganz wichtig. Damit ihr dabei seid und nicht von uns gekickt werdet, schreibt unten rein, sobald ihr reinjoint, 200 Abo-Folver. Schreibt das unten rein, sonst schmeißen wir euch raus, wenn das nicht geschrieben wird. Das ist dann keine Absicht. Ich will halt nur verhindern, dass da Leute reinkommen, die mich nur über BFH als Freunde genommen haben und mich nicht über YouTube abonniert haben. So, das war es eigentlich schon. Das waren die Infos, mehr weiß ich jetzt gar nicht. Denkt dran, morgen Abend, 20.30 Uhr geht es los. Leute, ich freue mich auf euch. Es hat ja schon schön viel Resonanz bekommen unter dem Infovideo. Hoffentlich wird es ein schöner Riesenspaß. Bis dahin. Tschau.